Okay, verstehe ich das richtig. Ich gebe ihr also die erste Pille und warte bis die Blutung anfängt. Innerhalb von 48 Stunden, genau. Und dann gebe ich ihr die zweite und die stoppt die Blutung wieder. Genau. Wie soll ich ihr denn zwei Pillen unterjubeln, ohne dass ihr was merkt? Dann lass dir was einfallen. Verpass ich heute Abend die erste und dann werden wir irgendwann am Freitag die ersten Blutungen einsetzen. Am Freitag machen wir doch unsere Party. Ist doch perfekt mit so vielen Leuten. Darüber lass die zweite Pille einfach mir. Jetzt schau mich nicht so an, ich versuch dir nur zu helfen. Darts deven Ich sofort heiße. Gäldig? Das ist ein Mädchen, das ist ein Mädchen, das ist ein Mädchen. Untertitelung des ZDF, 2020